Das Rattern und Kreischen der Kettensägen ist hunderte Meter weit zu hören. Doch nicht der Lärm empört viele Besucher und Anlieger des Ewastenholzes. Es ist die Abholzaktion als solche, die viele Menschen auf die Palme bringt. Sie meinen, das Fällen der Bäume sei schade und völlig überflüssig. Ist es nicht, entgegnet Schlossgartenschefin Trixie Stalling und verweist auf den schlechten Zustand der meisten Fichten, die zum Teil von Schädlingen wie dem Fichtenbock befallen sind. Zu erkennen sind die kranken Bäume am Zustand ihrer Zweige, erklärt Stalling, die als Leiterin des Schlossgartens auch für das Ewastenholz verantwortlich ist. Beide Parks befinden sich im Besitz des Landes Niedersachsens.